hallo zusammen ihr wisst was das ist das ist eine kamera von google street view und die stehen jetzt bei uns im laden ich habe auch hier das ipad da sieht man dann live was ich mich im laden bewegt klack seht ihr nachher andere bilder das war's heute der besuch von google ich verlinke euch das video hier oben oder nicht das video sondern den link auf google street wie und wünsche euch einen schönen tag